Okay, es geht weiter. Zeig doch nochmal deinen Gruß. Was soll ich sagen? Egal, komm, mach es. Ja. Ja, es ist ein H1. Ja, es ist ein H1. Ja, es ist ein H1. Einmal Ginga und so alles. Ginga. Ich meine, so in Japan wird der so genannt. Wie wird der im Deutschen denn genannt? Chinga. Chinga. Chinga Hagaana. Okay. Chinga Hagaana. Was ist das? Ach, egal. Warum Chinga? Da ist ein G in seinem Namen, aber egal. Ich will das richtig laut sein. Das muss so laut sein. Sonst hat man die ingame sound nicht so richtig. Oh, ich hab darauf ganze gewartet. Weil mein Video sind immer ingame sound wichtig. Und so, weg mit dir. Und so. Was wird sein Stempel? Hier sind Attacke. Kennst du es nicht? Unten. Ach so, doch. Aber wie lernt man die denn? Die lernen und dann bespät. Das ist eh klar. Puh. Mein Buggy kommt. Danach kommt welcher Gegner? Da kommt Lockdown, oder? Hm? Was kommt danach? Nein, Arlong. Nein. Nein, Sanji. Nein. Listo. Ja. Danach Sanji, dann Zorro und dann Lockdown. Die letzte Welt, oder? Ja, die letzte. Ach so, ups. Egal, das war einfaches Englisch. Du glaubst du es lieber? Du glaubst du es lieber da im Glauben? Äh. Dann betrete meine Gruppe bei als Navigatorin. Du kommst, du wirst ein Pirat. Du bist ein Pirat, vergisst es. Ich arbeite nicht mit Piraten. Gut so. Sag ich doch. Schnell und so. Sag ich doch, das ist ein leichter Vokabeln in diesem Spiel. Ich muss überlegen bei mir. Weiß warum das so leichte Vokabeln sind? Hm. Das Spiel ist ab 6 Jahr für kleine Kinder. Ja, aber trotzdem. Ist ja nicht so auf Deutsch. Ist in Deutschland gedacht. Ja, die Kinder in den USA. Ja. Guck, deswegen ist es ein leichtes Englisch. Für 6-Jährige. Ach ja, ich weiß den Weg noch. Also... Warte, gab es nicht hier Doppeltwege? Es gab... Warte, geh mal kurz runter. Es gab einen... Es gab einen Weg... Warte. Ach ja, doch, doch. Das ist der. Es gibt einen Weg nach links. Der führt dich zu einem Hühnchen. Der führt dich nach... Der führt dich zu einem Hühnchen. Der rechte führt dich zu weiter. Aber wenn du das Hühnchen haben willst, kannst du dir holen. Zum Glück habe ich das ja bis zu dieser Stelle gespielt. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich zeige dir gleich die Stelle, wo ich die... wo ich ganz abgekackt bin. Ja, Leute. Ich habe dieses Projekt abgebrochen. Danach muss ich mich überredet weiter zu spielen. Und dann weiter zu kommentieren. Die Tue kannst du... sowieso am Arsch schieben. Die ist sowieso sinnlos. Wir scheißen auf die Trun, oder? Ja, auf jeden Fall. Es hat sowieso... Ja, so kann man auch schnell umbringen. Ich bin nie draufgekommen. Ich bin immer auf die andere Seite gegangen und danach habe ich versucht, immer über die zu springen. Aber, das ist auch revistisch, da, der ist auch... Ich habe auch gesagt. Aber... Okay, das alles dreht, Fleischkeule, Und Geh, aber trotzdem... actually... ay, ist der Wien... actually... kidding... zu rein crowdingstrait... Du hooked dich zu machen... also... es ist kein gutes Projekt... Dir substantiv... Es ist kein gutes Projekt... this signif거uk... Sma UK Also gesehen jamais habe ich mich genau dafür... Aber Hähre gehört donc noch ganz ehrlich gesagt du... Ich existière도 recht Williams selber, ihr wisst mal, was das ist, angekündigt sein anime guter es gibt kleine after story und ja was soll das anime dazu gehört zu meinen top favoriten das gehört echt zu den top favoriten weiß wieso zu den animes die mich zu erst mal geweint die mich zu wein gebracht haben der leute ich habe da geweint weil der anime so gut war muss die auch aber wie geht es nicht zugeben aber hast du geweint so so hast du nicht geweint hat es kein mitleid mit den jungen warte muss man sich meine schatten schützen war doch ich werde diese sich jetzt aber hier wenn ich diese stelle dann präsentiere sage ich dann so er muss die erste hintergrundgeschichte erzählen ja von planet er muss man ja wenn man nicht wenn man stille richtig verstehen will warum man warum ich dann geweint habe muss man das auch verstehen ach jetzt kommen die bombenwerfer okay hier hatte ich auch paar probleme aber das hat ich dann später gelöst das kommt hier noch mal so so jetzt kommt andere man kann auch mit doppelt eintreffen oder ich habe es mal geschafft hat wann kommen diese behinderte stelle die maus nach oben warte wofür dieser weg denn hin hast du das hast du dass der weg weiter ja dass der weg weiter wo wusstest du das oder hast du einfach so hey okay ich glaube da hat man sich essen oder nein da war münze ja da war münze ich wusste es doch so gleich kommt diese behinderte stelle ich hasse diese behinderte stelle die ist so beknackt nein 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 nicht die kugel die habe ich schnell gelöst oder gar nicht gelöst also ich habe einfach die kugel einfach ballern lassen und da habe ich gedacht ob die scheiß drauf wenn du links geht es ist eine Waffe wenn du links geht es ist essen für dich ein Apfel oder so jetzt abhaben ja sagen wir hier keiner mit Wäsche kann das verliert dein Leben okay aber mit Kanone habe ich dann kann es in der Kanone auch noch okay das habe ich mal richtig geraten zum ersten mal von der Mitte Münze die Kanone wozu ist die eigentlich da ich hab die nie verstanden mach mal was macht die denn was macht die denn zeig dir nicht ich mach mal so wo bist du denn jetzt was ist das denn denn ich kenne ich gar nicht den geheimen weg ja leute er hat euch einen geheimen weg gezeigt merkt euch das bei mir hätte das nicht sehen können ich hätte einfach steht einfach ganz die strengen durchgezockt denn auch neu ist hier ja okay die leute die anschlüsse alles was jetzt alles was man auch und das war voll sinnlos aber ja wie du gesagt hat für die leute die was holen wollen war das passender ort geht das weg oder er wollte gerade schießen was auf die rechte Seite auch machen oder nicht da oben ist ein Prozent glaube dieses Prozent unbesiegbar Ding da ja sag ich doch unbesiegbar weil jetzt diese behinderte stelle kommen wo ich immer reingekackt bin das gleich sehen ja die stelle hier kennst du die du weißt was die ich will kummer dieser wixer jedes mal wenn ich versuche da hoch zu springen hatte genau ein schwert also diese kacke ich bin so dämlich du spielst du sofort noch so locker durch ich habe niemand ansatzweise das geschafft wir sind immer noch in der ersten welt oder von baggie ach ja da gibt es ja auch einen Weg nach oben leben nein 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 ich scheiße auf die piraten wie lang er ist ein blatt was ist dann zweit meine ich wir sind immer noch immer noch in der ersten noch von baggie das dauert vor lange oder muss er zweite nicht so lange dauern hoffe ich jetzt mal was haben die den Weg der dabei gedacht was gibt es nicht ab okay das hat was gebracht warum gibt es was ich bin ein bisschen ja manchmal ich bin auf aber hast du gesagt hier gibt es eine Stelle wo man eh wo es wird verpackt ist oder so man geht es also gesagt da ist eine Stelle wo man zu jahren ja aber wie hast du dann geschafft um zu ziehen dadurch zu zocken ich musste nicht hin ich wollte mir in der münze dann ach so zeigen dann mal später ach ja kabatschi kommt noch ein löwentyp oder so ach so guck mal wie lange das dauert soll ich mich mal ballen bisschen wieder mit spielers oder wie dann nicht wenn ich das wenn ich das gewusst hat dass ich das kann hat sich das jeden tag gemacht also bei diesem blitz play ja ist klar scheiß bombenwerfer warte jetzt einfach rüber ist klar jetzt müssen wir nicht wie mit der scheiße ist das deswegen hat die baggis welt die anderen wetten sind gar nicht so oder nur baggis welt ist so behindert und die letzten bei lockt haben ja ich weiß warte jetzt rüber knapp knapp ja bleib ist schon hast gerade gesehen wie die bombe gestand in der luft stand die warte das war das kann jetzt echt gut okay was ob wir das ein auch scheiße das war gerade die erste welt was los das hat so lange gedauert so ist es nicht ich sollte mal vier münzen sammeln okay was kommt jetzt die zweite die klinischen schuss und hier dauert es auch ich glaube babagi werden die erste probleme haben oder bei baggi ja aber smoker war schlimmer oder der schlimmste aber ich könnte auch ich könnte auch sanji benutzen du weißt du wegen essen ne aber habe ich nicht gemacht das ist so leichter wenn man sanji hat kein schwarz ich habe nur sanji wenn du probleme hast meine ich ja das gibt es in der unten ich habe ich habe ach so die marken füllen das unten auf habe ich gerade so gesehen aber ich habe gekriegt so war zum beispiel muss kurz was überlegen ich habe kondoträger gerade aufgenommen vier parts habe ich aufgenommen ich habe dann insgesamt 892 so eine scheiß 892 parts habe ich ja mit wenn ihr jetzt hier wenn jetzt mal zusammengezählt haben ja 893 wenn jetzt auch komplett aufnehmen haben wir insgesamt wenn wir zehn parts wirklich dauert haben wir insgesamt 902 parts heute aufgenommen also dann ist es halt die oder nicht dann glaubst du mir ja dass ich das schaffe wieso da muss man rein in die der Kiste nicht dass man immer unterstehen soll denn 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 das ist ein paar ich bin ich bin ich bin ich bin ich das Ding was kommt jetzt kommt und so ist es weil ich hier um die platz aber mal gucken und so und ich glaube ich habe bisher kein letztes mehr gesehen der es war ein piece auf hart durchgezogen hat ich hätte ich hatte nicht mal die nerven dafür ich habe schon sofort aufgegeben als sie bei dieser stelle ganz reingekackt bin bei rpg bei rpg bin ich ja anders kann ich ja jedes mal gut level und so hier ist es ja nicht so was aber kondoträger was deine meinung jetzt dazu tolles spiel oder also leute kauft euch nein nicht kaufen verladet euch illegal kondoträger runter hey ich motiviere die alle ich bin froh dass sie sich geraten ist das wäre ich genau in den loch reingekommen wahrscheinlich bestimmt ich habe so ein gutes gefühl dass irgendwas gleich reinkommt in diesem zimmer ich habe mich weiss nicht anders doch nicht perfekt ja perfekt und so warte jetzt kommt kabatschi noch mal wenn ich jetzt nicht geschwungen würde ich mich angreifen ja ja das war auch klar warte bombe die ist genau so schlimm okay die ist nicht so schlimm wie außer dieser sprungpassage weiß warum die sprungpassage schlimmer ist weil du springst ja mit tastatur springst ja mit tastatur die leute die ein gamepad haben ist was anderes weil man das sicher im festen Griff hat mit tastatur guck mal wie willst du es willst du so spielen kannst du so festhalten und dann kannst du drauf drücken das so behindert oder kann man nicht sagen dass dein gamepad ist links war da irgendwas oder nein irgendwas warte kann man wieder zurückgehen ich geh zurück irgendwie ist der gleiche weg zurück nein 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 hier waren keine gegner okay du musst nach links nein ich geh mal hier nach unten ach ja gibt's doch noch rechts ah rechts meine ich also ja ich bin irgendwie müde gibst du ihm aus nein aber dieser Fettsack bei Kono Trigger hat voll genervt der Fettsack? ja der Fettsack ach so der 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 ich habe 6 warte wie 4 Minuten habe ich gebraucht um ihn zu warte 6 Minuten lang habe ich versucht ihn zu töten da habe ich es geschafft da habe ich die letzten 4 Minuten ihn geschafft zu lange gebraucht egal ich habe diesen Fettsack jetzt fertig jetzt muss ich wieder in die Zeit zurück gehen die Story ist echt kompliziert mal wie du eine komplette du hast eine komplette ich muss irgendwie die Zeit zurück geben die Leute sagen die Leute sagen mir gar nicht was ich machen soll die sagen die lassen sich einfach spielen die sagen nichts sie sagen hast du gesehen ich habe das Schwert bekommen was dann? nichts mehr ich glaube ohne komplette Lösung hätte ich hätte ich hätte ich echt Probleme den ich meinen Plan wo ich hingehen soll scheiß dein Leben oh alles klar weg 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 ist ah ist klar übertreiben hier mit diesem Kanon ok hier ist die andere Truhe wenn ihr das wissen wollt tada oh scheiße Essen muss kommt Mathe gibt es irgendwann unten einen Weg nein 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 die Entwickler wollen uns verraschen ja wie auch Kabachi 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 wie auch kommt da eigentlich noch und mit einem Brügel passiert bitte tritt bei uns ein ich will kein Priat ich will kein aber wenn du als wenn du eine Machen die Karte von bei den Karten tritt ich bei dir ein ich hätte gemeint aber Klauen aber Pirat aber dass die Piraten klauen ist was schönes dachte ich ich wollte sie erst was sagen ach so das ist glaube ich wieder eine gute Stelle ok ach so damit ich sehen kann was ich verpassen ich will ich will ich will jetzt war es richtig ok eine Münze drin ach sinnlose Kacke das war echt so ich will noch eine bessere Idee ich will guck mal ob das geht ey wenn das klappt das ist heftig du weißt an sich wo wir sind ja ich hab schon sofort gesehen als du es gesagt hast komm wir mal ich kenn dich zu 150% nee nein das ist arg egal lass mir das ist kein Abstand hier ja oh halt was glaub ich sein Messerstich hätte bestimmt viel abgezogen naja wo ein bisschen was glaubst man das kommt eigentlich das wird wahrscheinlich nicht wenn wir glücklich die haben ich hab die Video gesehen die zeigen ihm wie alle Piraten wie die neue Ära aussehen wird und so ja ja äh der Kid zeig ich doch der hat die kommen einfach rein ob das so meine Geschwister lecker ja aber hier der Kid wird da irgendwie grinsen und so alles er wird sich irgendwie freuen ok nicht übersetzen ok ach so sorry egal egal wie schon gesagt die könnten das einfaches englisch die müssen das einfach können wenn nicht haben sie in der Schule nicht aufgepasst ach so man muss nicht den Löwen töten also nur den Besitzer Schwierig Hier Wir heute so wenig abgezogen Du hast gerade seine Fresse poliert Okay, dann fußt nach oben Na fußt nach oben Ich würde ihn gerne jetzt zu treffen Okay Warte mal Warte mal F1 Okay, weiter geht's Achso Eigentlich könnte mein Bruder jetzt eigentlich gehen Kapi könnte eigentlich gehen Wann machst du Stammattack eigentlich? Ich brauche zwei davon Achso Ich habe alles, man braucht zwei Achso Und dieses unten, ne? Ich kann mal mehr davon unten Ich weiß nicht Warte mal Warte Okay, es geht weiter Wir hatten wieder kleine Probleme Aber es schaffen hier noch Nach den Parten sollen dann einkaufen gehen Die nerven ja die ganze Zeit Sollen danach weiter aufnehmen Oder hast du keinen Bock mehr? Ich sehe ihn mal Ich habe ihn gerade an Blackbeet gehen Man, diese See Ja, ha, 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 ha Und jetzt Kanaschenkopf Okay, geschafft Jetzt kommt der Zerbinter Bestimmt ist der Von der anderen Ufer Bestimmt Was? Hast du er? Ja, er ist bestimmt Vom anderen Ufer Ey, besser als dass ich sagen würde Ich weiß, ich weiß, ich weiß Aber trotzdem Wie er aussieht Ähm Das Futter Ja, das ist und muss das Futter Das Futter muss jetzt den Hund geben Und das stimmt Bestimmt Okay Oh nein, der wird so schwer Okay, los geht's Verdammt Verdammt Was? Du hast doch, warum? Also, okay, er ist hier Er bringt dir nicht viel Achso Du sprichst erst mal aus deinem Kopf Und dann machst du Kalaschi-Kopf, ne? Nee Oder du machst es, um ihn zu besiegen Ich weiß nicht mehr Das war lange Okay, dann ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit Ich hätte erst die Flachen Ach, ups Egal Der König der Piraten Ja Oder wie auch immer Ach, es ist auch Ringen, ne? Aber jetzt gucken wir Wie der Wunscher Flaschi-Loser? Sag einmal Schwachkopf Flaschi-Loser, irgendwas Es gibt keine zweite Form von ihm, oder? Zweite Form? Also irgendwas Für irgendwas Doch Wie, es gibt eine zweite Form von ihm? Ja, wenn er so hoch ist, wie oben So In, äh, hier war In Tenomine, also alle mit Fuß Setz ist genau gleich ein Ich höre, alle ist Ja Die sind ja, weil sie so viel cool auf die Seite Okay, das ist ja nicht Es ist ja nicht mehr Schatten Und ich und die ist eine hier Ihr, ist klar Und den hast du auf hart gekämpft Ist klar Ja, wirklich Der ist brutal Das sind Ihr Das ist ein ekeliger Spasti Jetzt noch mal ein Bitte Ich, als wir ihn gesehen, gesagt Das habe ich an, äh, Weckbiet gedacht Sehr, ha, ha, ha Heute habe ich mir heute und Baba kam uns kaputt gelaufen Ich glaube, äh, ich und Baba kam uns so, äh, über White Beers lachen, äh, lustig gemacht Weil wir heute noch machen Alle von den bösenńst Frans solcher Komisches Lachen Nein, oder einer von den Mächtigen Black Beers mit San. Aber, ähm, Atteguck. Der heißt auch einen behindertes Lachen nein aber er lacht so behindert ja okay die geht auch schon aber was wir machen was würde es bringen wenn du diese stadt attacke nach unten machen würde was hilft dann nur kalaschen die kopf oder sie sagen oder gumm bazooka deswegen hat ich hasse diese verdammte form ich habe immer selbst entgegenutzt egal auch scheiße jetzt kommt ja ist klar hat sie kommt nicht angreifen oder so wenigstens etwas sonst greift er dich an verdammt ach so das soll als schutz verdammt knapp ist eine knappe sache sehen wir mal jetzt hast du einen schutz wieder als diese spezatik als schutz abhauen 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 was jetzt vor scheiße das war knapp so eine kacke nochmal versuchen kommen das schaffen wir das schaffen wir ja okay du schaffst es ich kommentiere noch gut ich mache sofort meine die versuche ja ich weiß ich muss gucken haben wir schon alles gelesen ja haben wir schon deswegen ist es nicht so wichtig auf den kopf gehen wir einkaufen und danach sehen wir mal ob wir heute noch weiter aufnehmen es ist eigentlich da bock nach einkaufen ich kann ich habe schon überhaupt nicht ich habe so ein gefühl dass es kein bock mehr hartes so muss diese form zu behindert sein alles genutzt mehr der hat sich fast jedes mal zeigt benutzt du weißt nicht ich habe über einmal während der kampf ich habe das nächste benutzt um diesen gegner zu beschaffen ich bin es für sechsjährige die wenden so wenn sie austicken auch hier heute haben wir schon baba grüber in baggie gerüttelt weiß wieso die baggie wir haben eine wir hatten eine vermutung dass baggie eigentlich stärker wäre als krokodil weiß wieso seine schwäche ist die schwäche wasser was ist wenn baggie überall sein körper wasser macht ja er kann ja sein körperteile aufteilen also kann der krokodil von jeder seite angreifen das werde ihnen trotzdem dass wir den schaden ja was kommt ich weiß wie stark ich weiß wie stark ich unterschätzt man nicht also hier ich meine nur an also wenn man krokodil in wasser gemacht hat also wasser gedüngt und gedüngt hat und baggie auch ist da baggie ist klar also ist da baggie eigentlich verwurte und besiegbar also gegen baggie gegen krokodil das was jetzt meine eigentlich das stimmt eigentlich oder nicht so bin ich abgezogen egal dass noch viel leben das schaffst du und nicht vergessen heute er spielt auf hart egal doch schon ein bisschen mehr als davor abgezogen weil in letzter runde hat er ein bisschen mehr leben gehabt bevor er in diese form gegangen ist muss ich Activite da bineter verdammt kein gps drauf lasst doch nicht das ist nicht ich lasse aber beim abends okay okay das gute chancen geschafft kommt er noch mal wie hat er dich jetzt getroffen ich spaß die ja fast gleich viel okay welche richtung okay so komm komm das schaffst du das schaffst du du hast die power so ich weiß wie ich es mache wie hast du denn weiter angegriffen habe ich gerade so gewundert scheiße verdammt ja ist klar du hast ein bisschen weniger als ihn wenn diese kacke das war eine ungefähre kacke okay komm das schaffst du noch nicht bitte 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 oh scheiße das ist spannend aufbauend jungen nein so eine verdammte kacke okay wir machen den nächsten part weiter ach so wirklich ja den nächsten part okay ja warte ich geh jetzt okay mach einfach okay wir sehen uns im nächsten part tschüss warte wo ist das f3 wo ist f3 die f2 okay tschüss wo ist das f3 warte wo ist das f3 warte wo Vielen Dank.